Ich hab bloß noch gesehen, haben 92 Koppelpunkt verletzt. Ok, ich komm nochmal. Nur wenn es anders ist, ich hab das zählt ja mit. So liebe Zuschauer, jetzt seht ihr mal wie man den Harmen rettet. Ich nehm mal kurz die Spuren auf. Du kannst ja nicht weg. Du weißt, dass ich mit dem Kopf im Wasser liege, ne? Nö, du hast noch Luft. Um Gottes Willen, harm geht's dir gut? Äh, lieg's nun da. Ich seh bloß ein grünes Knollen mit ne Flinte. Äh, der Verbandskasten hab ich drin. Ja, ich glaub ich hab dir noch fast noch angelegt, ne? Ganz aber. Aber es wird nicht angezeigt, dass ich hier retten soll. Vielleicht weil du im Wasser liegst? Ich hab nur Wasser, scheiße. Oder muss ich das im Slot haben? Ne, ne? Ne, kriegt man da auch gar nicht rein im Slot. Ja, dann geh du mal hinter den angeschossenen Elch. Ja, dann geh du mal hinter den angeschossenen Elch. Äh. Ja, wahrscheinlich weil du im Wasser liegst, denk ich mal. Sonst wird der gleich eingeblendet helfen, mal heilen oder so, ne? Aber ist nicht. Jetzt haben wir wieder das, was du damals hattest. Wetten darf? Äh, ich hab ne Idee. Ich hab hier, äh, ich hab hier, äh, das Feld hingestellt. Kannst du hier einloggen und da wieder, auslocken und da wieder einloggen. Oh. Oh. Das hast du was. Okay. Äh, wo, äh, hast du denn jetzt, äh, den angeschossen? Das war, das ist ne Kuh. Also ich drück jetzt auf ESC, ne? Ja. Und, äh, das passiert nix. Oh, ich muss mal auf, muss ja aufer. Auf em geht auch nicht. Geht gar nichts? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich hab jetzt ESC… Kannst du dann auf dem Hunter-Med irgendwie, ne? Auf dem Hunter-Med? Auferänder, nein? Ich auch nicht. Geht auch nicht. nicht 1 2 3 1 gibt nicht erst 3 geht es 3g und ein bull habe ich der licht aber komisch körper leber magen eingeweide 114 ja sie 18 muss ich doch glatt das fenster zu machen kann ich nicht weg oder was oder weg schieben wieder wie damals im arme 3 muss das denn gerade unter wasser ich sehe dich da stehen das der oberfläche und ganz interessant und noch mal ein bild da ist ein kopf erzähler sehr da bin ich so noch dran ja dran ist ja noch wenn es nicht geht gehe ich aus dem fenster muss die fenster schließen ja jetzt nützt er nix ich habe hier ein zelt hingestellt kannst du hier hinspornen oder ich kann nicht rausschmeißen ja aber nicht manchmal sehen wir gleich mal wie das geht hain auswerfen das gleich der hof hat mich aus dem spiel entfernt dann quitte ich mal das ich war dann beim zelt ich habe dich nur rausgeworfen also müsste es normalerweise ja wieder rein können denke ich die sich getötet hat die 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 läuft dann noch beitreten und ich muss kurz ausschalten ach so dass man kann nicht gleich jeder sehen was ich da ein tippe ich werde dich rechnen die kommt auf mich zu jetzt wenn ich ankomme bist du weg so gut dass zelt dann kann ich auch gleich mal im inventar jetzt holst du die kettlern gerne raus o verband soll ich muss ich aber auch mal wieder neu kaufen ich habe das noch viel dann habe ich jetzt aber wenigstens mal etwas zu so hier drüben ist deine kuh er lebt sie die bittere rache der so früsen wo ist sie denn jetzt anderen ufer da drüben stanze zwar nicht als ich zelt abgebaut habe ich habe einen richtung blokkos hat ein hiskelkonten ja muss ich gut an hiskelkonten oh ich kenne auch und die ist weg wahrscheinlich als ich das zelt abgebaut habe ich habe euch aufrecht ist ja eine insel stimmt ja da ist 80 meter ach schick gerade hinter zwei Oh, man. Ich decke deinen Rücken. Wolltest du die nicht schießen? Ich dachte, du wolltest die späte Rache der Ostfriesen, aber wenn du sie fühlst... Ich werde zusehen, hehehe. Dann nimm ich ihn. Ja, komm her. Was hat dir komisch hatte ich gesorgen? Sie freut sich noch, ich habe einen Ostfriesen erledigt, ich habe einen Ostfriesen erledigt. Sie hat Ebola. Das ist so komisch. Jetzt darf ich mal eine halbe Stunde raus in den Bereich klopfen. Ja, dann können wir jetzt nach rechts weg laufen, wa? Oder rechts entlang laufen, sagen wir mal so. Mission Elch hat sich damit erledigt. Moment, ich muss mir mein Bildschirm freimachen. So, jetzt darfst du... Hier, die grinst auch noch. Kann man jetzt nicht springen? Kann ich ihn in das Ohr beißen? Jetzt ist er ein bisschen überdimensional groß, nur um... Oh, ein guter Schuss. Körper, linke Lunge, Herz. Ich bin nie auf dem Elch gelegt. Unter Wohlschuhen, aber... Und... Jetzt muss ich fallen. Auf! Das tut doch wie sowas. So, jetzt kann man ja... weiterlaufen. Oh! 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 Los, los! 2 Hoh! ato Jetzt liegst du auch vorne. Ja, du bist ja auch null. Du bist ja auch... ...neu dazugekommen. Aber deine Fährte stehen da aber noch. Ja, tatsächlich. Oh! Du hast ja die Abschlüsse auch sogar. Ich hab dich da wieder so reingeschoben, wo du gewesen bist. Oh, hier ist ja noch die aktuelle... ...wir sind ja noch in der selben Jagd. Ja. Da wächst krass aus dem Stein. Also witzig. Boah, ich hab einen Sturm mit Kreis. Gehe ich? Jo, in der Flüchtung. Oh, der wird wohl flüchtig sein. Ja, ich habe einen Sturm. In der Flüchtung. Ja. Ja, ich mache auch Arten. In der Flüchtung. In der Flüchtung. In der Flüchtung. In der Flüchtung. Vielen Dank. Da bin ich ja auch mal gefragt, wie das ausgesehen hat, wie das da gelegen hat. Kannst du nachher bei Steam gucken, ich habe da wegen Screenshot gemacht. Du warst zusammengeklappt wie ein Haschenmesser. Ich habe die hier für die Spur. Ich habe die Spur. 4 bis 17 Minuten. Oh, da bin ich 50 bis 75 Kilo. Oh, da bin ich 50 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 Kilo. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017